Musik Aus dem Seelenkalender Rudolf Steiners, die achte Woche nach Ostern. Es wächst der Sinne Macht im Bunde mit der Götterschaffen. Sie drückt des Denkens Kraft zu Traumes Dumpfheit mir herab. Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele einen will, muss menschlich Denken im Traumessein sich still bescheiden. Schnelldorf Kliv 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 Klip 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 Untertitelung des ZDF, 2020